So liebe Leute, wir haben schon mal Prognosen gemacht für uns beide, ne? War ein bisschen blöd, weil wir wollten eigentlich Lobby machen, damit wir eben bei einer Verlängerung auch wirklich in die Verlängerung gehen müssten. Aber das kann man sowieso nicht machen, denn wenn ich jetzt 2-1 spiele, also wenn ich jetzt theoretisch 2-1 spiele und dann in die Verlängerung müsste, theoretisch nach Auswärts-Tor-Verhältnis, würde es ja gar nicht gehen. Richtig, dann hättest du einfach gewonnen. Wenn du mit Barcelona dann zu Hause 2-0 gewinnst, also geht es einfach gar nicht. Wir machen es einfach so, wie wir es hinkriegen und gucken mal in die Teams rein. Hast du jetzt Neider und Trockner? Ja, beide und auch in der Startaufstellung, das ist doch schön. Ja, das ist doch schön. Ich habe auch Draxler und Bastos, kein Holdby, aber ich mache dich trotzdem nass. Auf geht's, Schalke gegen Galatasaray Istanbul. Das ist wieder so ein deutsch-türkisches Brisanz-Duell, aber mir lädt es ein bisschen lang. Bei dir auch? Ja, ich kann auch zweimal schießen. Lädt und lädt. Jetzt geht es bei mir weiter. Also ich bin gespannt. Es wird auf jeden Fall richtig heiß, also es wird richtig heiß, die Partie. Die spielen am Dienstag? Ich glaube. Ja, aber die wollen das Bayern-Spiel zeigen, ne? Ich nehme an, ja. Gut, ich gucke auf Sky, da ist dann die Wurscht, was kommt. Ich gucke, was einfach läuft. Aber für ZDF oder so, Zuschauer, da muss man halt schauen. Also, Schalke gegen Galatasaray Istanbul. Kannst du ein bisschen türkisch? Nein, gar nicht. Gar nix. Ich kann, ich kann, ein Satz kann ich. Beni Rehaparak oder so, das heißt, lass mich in Ruhe. Das hat der kleine Bruder vom Bunde von mir mal gesagt. Ein türkischer Kollege von mir, der hat gesagt, ein paar Sachen kennt man. Ein paar Schimpfwörter, kannte ich auch mal. Ich weiß gar nix, ne? Bist du nicht integriert, ja? Bist du nicht integriert? Wir haben doch hier mehr Nazis als Türken im Osten. Natürlich. Ja, im Osten ist ja so so. Tiefer Osten. Und nimm mal die Türken im Döner richtige Türken. Kennen sie nicht? Ich weiß nicht, ob das wirklich Türken und alles ist. Ich denke mal, es ist alles, was so ein bisschen dunklerer Haut hat, arbeitet dort. Krieg ich nicht geklärt? Und ich sparen rein. Julian Draxler mit dem 1-0 gegen Galatasaray Istanbul. Und dann ist die Hölle los am Schalke. Ja, definitiv. Nach fünf Minuten war kein Abseits, aber wirklich Hauptzahl. Ja, ich habe ihn nicht geklärt gekriegt in dem Moment. Ja, stimmt. Lendenwinden, der Rittschirm. Man hat den türkischen Bergen, dann läuft nichts. Also, ina, oh. Wo ist der Schneider? Oh, das ist druckbar. Kann der noch? Der kann. Das war für mich ein bisschen statisch in dem letzten Spiel, also ein bisschen träge. Nicht wirklich so mobil. Oh. Also, 1-1 haben sie gespielt. Schalke jetzt halb durch, halb im Viertelfinale. Na ja. Wäre natürlich auch eine Sensation, ne? Drei deutsche Clubs. Das wäre natürlich grandios, ja. Das wäre echt super. Dann der Barcelona weiter und alles ist schön. Madrid ist ja schon weiter. Magst du die auch mehr wie Man Uney, ne? Ähm. Als Barcelona-Fan? Doch, doch. Ich mag doch kein Madrid, oder? Doch, mag ich mehr. Ich mag jetzt den Spanischen Fußball, er ist den Englischen, von daher. Paul. Ja, wir müssen Ruhe reinbringen. So, Aufbauspiel, ne? Kennst du ja. Schauen wir mal. Als aktiver Fußballer. Schauen wir mal, was du hier machst. Paul. Ecke. Nichts Paul. Das gleiche. Genauso gefährlich. Ich glaube, du hast bei mir noch nie ein Ecke-Tor gemacht. Doch. Doch, gerade eben. Aber wir haben ihn aufgenommen, aber dann wieder gelöscht. Stimmt gar nicht, das sagst du bloß. All den Top, der geht denn da oben. Oh, ist Arioklu. Und der ist schnell. Heidewitzker. Warten, wo war der die erste halbe Stunde hier im Spiel? Hat sich verstrengt. Defensiv. Oh, schön. Oh, dann auch doch ein bisschen zu... ...zu zweite Liga. Ja, da kann er nicht gehen, der Draxler. Aber wenn er wollte... Oh, schlechter Pass. Oh, geklärt. Melo. Oh, nicht schlecht. Oh, das ist ein Raum, ne? Ja, ja. Das ist bissig. Ja, ja, ja. Man merkt auch, ne? Die Konzentration bei uns ist sehr hoch. Deswegen sind die Kommentare weniger. Scheiße. Gilmasch. Und der kann auch wirklich schießen. Der ist verdammt stark. Ja, definitiv. Schöner Schuss. Das ist echt ein Top-Stürmer. Das ist der noch nicht in Europa. Also jetzt so, sag ich mal, bei richtigen großen Top-Club darf man ja auch wiederum nicht sagen, weil gerade der Sache ist ja eigentlich so ein Top-Club. Gerade mit den beiden Verpflichtungen haben das Prestige auch wirklich weit nach oben getrieben jetzt. Ja. Aber ich sag mal, vor den beiden Transfers habt ihr ja wirklich keine auf dem Tableau gehabt, oder? Nicht so wirklich, nee. Stets wie der Remi. Das ist ein ganz gefährliches Ergebnis jetzt. Gut zum Flanken. Ich hoffe ja, dass ich einen Spreilstoff bei dir kriege, mit Snyder. Damit er zeigen kann, was er kann. Das war natürlich dann bitter, weil er war das nächste Tor noch gewinnt. Und dann so bleiben wir, oder? Jones! Oh! Latte! Und da war viel Platz noch einmal, ne? Der ist auch aufkommende Keeper. Schade. Althintor. Oh, Scheiße. Ah, so schnell ist er gar nicht, ne? Und immer der Jüngste. Ach, Mist. Oh, Mensch. Was ist denn da los? Oh, okay, verschoben in die zweite Halbzeit, ne? Die Entscheidung. Also Torrmann ja schön an und für sich. Das erste von mir dann hier relativ früh. Auch ein bisschen glücklich, aber der Schuss von dir dann, der war dann schon außergewöhnlich stark. Hier kann man schon mal. Hat er schön angenommen, ja. Ja, hat er schön die Abwehr verladen. Also, auf geht's in die zweite. Schauen wir mal. Es wird auf jeden Fall noch spannend jetzt hier. Deutschland für... Oder Scheiße für Deutschland. Er hat doch einen Schuss mehr in den Füßen. Nein, Slider! Ich bin auch selten, dass der den Ball vertämmelt. Ja. Nein, oder? Fuck! Eieieieiei! Es muss Schalke zwei Tore machen. Das ist natürlich echt ungünstig. Aber möglich ist es. Heidewitzka. Er spielt sich auch ganz anders als das gerade mit den komischen Kadern. Gibt keiner zum Meter. Aber das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Ach Mist. Hätte man auch mehr draus machen können. Steht aber auch keiner so richtig frei, wo ich hin will, ey. Schöner Pass. Oh! Ich dachte, haut er noch früher, ey. Ich auch. Eine Fresse. So, hol dir den scheiß Ball schon. Mach eine Appen-Appen-Tänze da. Arschloch. Ach Gott, Mensch. Noch nicht entschieden. Noch nicht entschieden und ich werde jetzt mal kurz wechseln. Jetzt nimmt er gerade den Dampf raus. Mann. Ähm. Was habe ich denn noch hier? Ich werde Trockbar wechseln. Und bring dafür Almander jetzt. Der ist nicht so fit, finde ich. Raphael habe ich noch. Ja, für Dings. So. Uh, beteiliges Spiel, ja. Gibt doch nicht. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Boah. Schön gespielt, alles durchgefasst. Alles tipptopp, ja. Ich habe mich komplett auf die Mitte konzentriert, als man gesehen hat. Aber war richtig Platz. So. Und hier kommt Raphael. Sieht uns. Von Neustadt eigentlich ist eigentlich dazu. Aber kommt dann nicht. Wer war das schon? Oder schon? Was ist das? Oh Junge. Was ist das? Du Arsch. Wie ist das? Es geht so gekauft. Schön geklärt. Einfach weg. Immer weg hier, immer nach vorne. Vorfahren, Junge! Gibt's denn das? Der Altin verzucht die ganze Zeit das Laufduell. Naja, wie gesagt, so einen Einwurf rausgeholt. Boah! Dachte ich sicher spielen, weißt du? Das gibt's doch nicht! Wer ihn an? Mh... Naja... Aber der aus da hinten, von da hinten, weiß was ich mein! Guck mal! Aber das ist ein Torwartfehler, den muss er haben. Aber siehst du, das meine ich, die Spiele sind schon wieder ganz anders. Wie meinst du? Wenn wir... Wenn wir schon was gespielt haben. Ja, ja. Du musst wohl auch so Warnspiele machen, ne? Ja! Beide! Ja! 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 Ey, das muss noch zwei Torl wieder machen jetzt! Scheiße! Nicht schlecht. Die sind stärker. Ist aufgepasst. Der macht da dreimal das selbe Tor. Was soll ich denn machen? Ne, ist er richtig. Aber ich bin selber schuld. Aber ich bin selber schuld. Dreimal mache ich den selben Scheißfehler. Ich will mir das auch nicht von den Leuten vorhalten lassen. Von wegen Schalke, Darabasserei. Die deutsche Vereine ein bisschen hochhalten. Oh, den muss er haben. Wenn er schon so entgegengegeben muss er haben. Das ist ein bisschen zu einfach. Gibt es doch nicht. Aber da wäre es ein kleiner Tor gewesen. Ja, Abseits. Nix da. Wäre ein schönes Tor gewesen. Ne, Abseits nicht. Nein, aber ein schönes Tor gewesen. Nein. Hast du das Tor gesehen nicht. Oh. Nur. Ja. 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 Ja, oder? Ich war da. Was ein Spiel ey. Ja. 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 Raam tests. Und ja. Weltklasse, ab nach hinten Jungs Oh ne Uuuu Und... Nein Jetzt Yes 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 Was ein Spiel ey Meine Fresse, Schalke ist weiter, Garnett und Sarai ist raus, wenn es nach mir geht Ja, wäre ich auch dafür, wenn wir so ein Spiel sehen würden, wäre super Wäre super, ne? Alles klar, wenn wir jetzt, wissen wir uns scheiß Jetzt wird's richtig heiß